hey freunde damit kommen wir zu ragnaröck woche 7 herausforderung phase 5 von 5 eliminierung ohne schilde das könnt ihr in jedem modus machen wie ihr wollt ich mache das jetzt hier in meadow weil hier immer gut was los ist und zwar muss jemanden killen ohne dass sie vorher schilde benutzt hat gruppen kein modus sollte das noch leichter gehen also hier in teams müsste den gegner komplett eliminieren und damit wäre die aufgabe auch schon erledigt wenn ich damit weiter helfen konnte lasst mir gerne like und ein abo da und bis dahin sehen wir uns im nächsten clip